Hallo, ich bin Susanne Puffvogel. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet und habe vier Kinder. Ich lebe mit meiner Familie in Dorfhagen in der Gemeinde Hagen. Und ich habe die große Ehre, in diesem Jahr für den Wahlkreis 29, Cuxhaven-Stade 2, in den Bundestagswahlkampf ziehen zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber, weil es mir persönlich ein großes Anliegen ist, mich für die soziale Gerechtigkeit in diesem Land einzusetzen. Dazu zählt für mich, dass Menschen, die hart arbeiten, für ihre Arbeit auch tatsächlich einen fairen Lohn erhalten. Dazu gehört für mich, dass wir Alleinerziehende stärker unterstützen. Und dazu gehört für mich, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung oder nach dem Studium einen vernünftigen Arbeitsvertrag erhalten. Am besten einen unbefristeten, damit sie eine Perspektive haben und tatsächlich auch ihre Zukunft planen können. Und dazu gehört für mich, dass die Menschen von der Rente, die sie erhalten, auch tatsächlich leben können. Es geht mir aber nicht nur um die große Politik, sondern mir ist auch die kleine Politik sehr wichtig. Die meisten Menschen in Deutschland leben im ländlichen Raum, genau wie ich. Und deswegen spreche ich aus Erfahrung, wenn ich sage, es ist wirklich enorm wichtig, dass wir den ländlichen Raum attraktiv und lebenswert gestalten und erhalten. Dazu gehört für mich eine vernünftige Internetversorgung, aber auch eine gute Nahversorgung. Wir benötigen eine vernünftige ärztliche und pflegerische Versorgung. Und wir brauchen Treffpunkte in den Dörfern, wo Menschen sich treffen können und austauschen können. Mir ist es ein persönliches Anliegen, dass Menschen möglichst lange und selbstbestimmt in ihren Häusern wohnen bleiben können. Dafür setze ich mich ein. Dafür bin ich aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. In den nächsten Wochen werde ich sehr viel unterwegs sein. Ich werde Hausbesuche machen und den persönlichen Kontakt zu Ihnen suchen. Bitte sprechen Sie mich an. Am 24. September geht es um nicht viel weniger als um eine Richtungswahl in diesem Land. Bitte unterstützen Sie die SPD dabei, diesen Richtungswechsel herbeizuführen und uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass es wieder gerecht zugeht in Deutschland. Dankeschön.